Für den Extractor. Mit Fehlern können wir eigentlich noch extrahieren. Noch ganze 6 Stück. Okay, das sind schon mal 2, dann fehlen nur noch 4. Gut. Truppen hier rüber. Schade, dass man Ball zeigt, dass sie täglich steigern kann. Da noch ein Feuermarkt. So. Recklebt ihr, das gibt uns noch mal 10 Schätze. So viel brauchen wir für das hier. Und hey, das war, glaube ich, das letzte für die kostenlosen Einheiten. Ja. Das heißt, ich kann meine beiden Jungs hier wieder an die Arbeit schicken. Kann aus denen hier einen neuen Trupp zusammenbasteln. Und den einfach mal trainieren schicken. So, Trupp 1 und 2 schicke ich mal zum Essen. Sehr gut. Das bedeutet, mein Dungeon ist auch schon fast wieder fertig. Einheiten beschwören. Na, ich habe den Taurus noch nicht beschworen. Ich habe viel zu viel Pilze. Komm, gib mir noch 5 Pilze, dass ich die umwandeln kann. Und die beiden zusammen, ja. Alles gut. Also, ihr trainiert weiter, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht jetzt ablenken vom Training. Aber es wird 1 und 2, kann ich schon mal hier hin porten. So, ihr seht jetzt gut genug aus, dass ihr essen gehen könnt. So, meine ersten beiden Truppen starte ich mal mit Waffen aus. Und jetzt haben wir genug, dass ich euch noch mit Rüstungen ausstatten kann. Und mit denen mal dadurch latschen kann. Oh, wieder 4 Punkte. Schreckensfürst, bitte. Eine Hexenmeisterin, die ich beschützen muss. Oh, Dunkelzwerge, also noch mehr hier in Nutze. Ah, sehr schön. Frieden und Kräuter hat mir wieder mal geholfen. Die wartet hoffentlich genau wie der Archäologe gut. Das heißt, ich kann mich hier eigentlich auch in Ruhe umschauen. Erst einmal, ein bisschen. Okay, da drinnen ist schon mal... ...kank krass hot. So sieht das jedenfalls aus. Hier überall eingesponnene. Und ja, ich hätte vielleicht nicht diesen Vergleich machen sollen. Okay, wie viel darf ich maximal lagern? Oder 12? Ach so, beide sollte noch hierher kommen. Also schicken wir Squad 1 und Squad 3 mal los. Materialien holen, damit wir noch eine Vorratskammer bauen können. Ich habe so das Gefühl, bevor ich weitergehe, hier sollte ich mich doch erstmal noch auf einen vierten Trupp konzentrieren. Und vielleicht lasse ich dann einfach die Aushebung wegfallen. Ah, wieder genug. So. Dann könnte ich jetzt fast schon hier einen Minotaurus, einen eigenen ausbilden. Kostet ja 25 Gesundheit. Äh, 25 Materialien. 25 Gesundheit, ja. Du mich auch. Aber die da kann ich mal schon mal freischalten. Dann kann ich die drei ausbilden, kriege ich das hier. Also die beiden Punkte noch. Und für Einheiten ausrüsten, kriege ich auch noch Punkte. Ach ja, und für verschiedene Fallen. So, da auf jeden Fall schon mal hier eine Falle platzieren. Und hier hinter eine Falle. Und hier noch ein Materials, Materials-Dingster, so. Dann einen Taurus. Hier eine Hexenmeisterin. Hier, es fehlt mir nur noch das Gold dafür. Und der Monsterbau. Äh, ja. Wollen wir uns schon mal den Punkt für die eine Falle. Dann kann ich demnächst den Monsterbau freischalten. Einheiten beschworen. Äh, wop. So. Max Kapazität 150 und ich habe genug Punkte für den Monsterbau. Sehr schön. Das bedeutet, ich muss jetzt wieder Truppen losschicken. Wie gut ist ein Trupp 1 zur Zeit? Nur Trupp 2 ist auch ganz okay. Okay. Trinken, schicken wir Trupp 2 los. Oh, Dreier-Toten-Kopf-Überfälle. Da war alles immer nur der Alps-Gebner. Oh, Helden im Dungeon. Äh? Nein, 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 nein. Nicht wirklich in den Extraktor stecken. Autsch. Das hat mich ein gekostet. Und hier habe ich auch was verloren. Naja, okay. So viel dazu. Dann geht ihr mich schon mal hoch trainieren. Ihr könntet essen gehen. Jetzt fehlen noch Wandfallen und Was kann ich denn noch machen? Ich kann noch zwei Einheiten ausrüsten. Hier habe ich schon alles. Ich habe noch einen Punkt. Verschiedene Räume und Überfälle. Geben mir nochmal zwei Punkte. Helden töten und extrahieren. Geben mir nochmal zwei Punkte. Und ich schätze mal zwei Punkte. Also ich kriege hier auf jeden Fall die vier Punkte zusammen für das da. Und da und da kriege ich die Punkte sogar zusammen für doppelte Mauer fallen. Sehr gut. Okay, jetzt aber erst einmal dichter bauen. So, wann, sonst passt du nicht hin. So, trainieren. Den da aufrüsten. Und da muss ich doch mal dringend einen Trupp wegschicken. Trupp drei sieht gerade gut aus. Räume und Überfälle. Die Überfälle komme ich definitiv ran. Wie sieht Trupp eins aus? Trupp eins sieht so aus, als ob sie essen könnten. Du da gehst trainieren und dann kriegst du Rüstung und alles für deinen Platz im Hort. Äh, im Monsterbau. Trupp drei ist wieder da. Sehr gut. Dann können die gleich nochmal los. Ihr könnt auch essen gehen. Und Trupp eins schicke ich nochmal los. Ist hier eine große Materialmission in der Gegend. Nicht wirklich. Dich nehme ich mal da raus. Da müsste ein Heiler rein eigentlich. Na komm, gib mir mal einen Heiler. Gib mir einen Heiler. Und gib mir noch einen Schreckensfürsten. So. Du gehst essen. Kriegst du eine Ausrüstung. Heiler ist drin. Du gehst trainieren. Alles andere sieht okay aus. Schreckensfürst. Ich bräuchte eigentlich noch einen Recken. So, die bringen wir nochmal 50 Materialien. Das dürfte dann reichen für den letzten Raum. Dann heißt es andere Überfälle. So. Naja, wir brauchen eh noch Materialien. Also können wir auch noch weitere Überfälle machen. Du solltest was essen, bitte. Gold gibt es hier in der Nähe. Welcher Trupp sieht denn am besten geeignet aus? Trupp eins sieht geeignet aus, den da anzugreifen und Trupp zwei das hier anzugreifen. Trupp zwei können wir dann ruhig mal helfen. Eine Elfin und ein Krieger. Eine sehr schöne Dungeon-Stufe, die wir hier erhalten. So, blitzen wir mal hier. So, besser können wir leider nicht helfen. Wir können aber mit Baal neuer Gehilfen ausbilden. So, du bist satt. Also, ab mit dir auf deinen Thron. Einen Recken könnte ich noch. Und einen Priester brauche ich noch. Da hätte ich schon mal den vierten Trupp fertig. Jetzt brauche ich nur noch das nötige Gold dafür. Und mehr Fallen hier drüben. So. Gut. Abgesehen vielleicht von der magischen Rüstung im Arcanum habe ich alles freigeschalten. Arcanum ist übrigens besetzt. Ja, ist es. Sehr schön. Zwei Überfälle fehlen noch. Naja, das dürfte leicht hinzukriegen sein. Zwei Überfälle. Haben wir vielleicht noch einen großen Schatz in der Nähe. Kein Totenkopf-Schatz. Äh, drei Totenkopf-Schatz, bitte. Ne, dann geht Trupp 1 mal hier rüber. Trupp 3 hier lang. Oh, Trupp 3 hat schon wieder zu wenig Aggressivität. Naja, gut. Und Trupp 3 hat einen unausgerüsteten Priester. Ehh. Noch viel schlechter. So, aber wir haben genug Materialien schon mal zusammen für noch mehr Fallen. Hier kann ich keine doppelten Wandfallen hin montieren. Und da müssen die eben so montiert werden. Und da muss ich noch mehr Säurefallen auf dem Boden platzieren. So. Überfallerfolg. Sehr gut. Das ist nämlich das Letzte, was ich, abgesehen von... Oh, ich habe Taschenstufe 8 schon erreicht. Ah, sehr gut. Helden getötet und extrahiert fehlt beides noch genau 2 mal. Auch sehr gut. Das heißt, wir müssen noch auf einen Heldentrupp warten. Wenn wir Glück haben.